Weiter geht das mit Dragon Age Origins. Wir marschieren jetzt wieder zurück in den vorletzten Raum und werden uns dann mal mit diesem kleinen Schalter-Rätsel beschäftigen. Wobei auch hier wieder gilt, es ist an sich kein großes Rätsel, wenn man die ganzen Notizen eingesammelt hat, muss man eigentlich nur noch ablesen. Und los geht's. Das ist jetzt nicht wirklich schwer. Wir fangen mit der Statue an. Gehen dann hier hin. Keine Ahnung. Zumindest bekommen wir keinen Schaden. Das ist wohl erstmal ein gutes Zeichen. Ich bin dran. Dann hier die. Und dann müssten wir jetzt in den großen Raum zurück. In die Haupthalle. Dann die eine Statue noch anklicken. Und dann erwartet uns höchstwahrscheinlich der nächste Boss. So. Alle soweit vorbereitet. Ja, du hast doch... Ja, du hast dann zirks an. Hier. Okay. Dann... Ja, sieh. Dann go. Okay. Ich weiß doch, du hast dann toll, du hast es. Wächter der Mündung. Ein tiefes Grollen signalisiert die Deaktivierung alter Schutzmechanismen. Irgendetwas in den untersten Ebenen des Turms ist nun frei. Ah, wir hatten ja ganz am Anfang eine verschlossene Tür. Die ist nun frei. Ja, super. Gehen wir jetzt erst nach... Na, scheiße. Wenn wir hier oben wieder durch sind, dann gibt es... Das ist wie ein Ostergeränder, dass wir hier nicht mehr zurück können. Wahrscheinlich. Ja. Ich werde mal einen kleinen Schnitt machen. Und uns nach unten bewegen. Weil ich glaube nicht, dass ihr das alles sehen wollt. Und sobald wir unten sind, steige ich wieder ein. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder. War kein langer Weg, aber ich wollte es euch trotzdem ersparen. Damit ihr das nicht alles mit ansehen müsst. Wir haben hier auf der rechten Seite die Tür noch fix geknackt, da Liana ja unterwegs hier Leveler hatte. Und werden jetzt mal schauen, ob wir hier in diesen Raum reinkommen. Achso, falls ihr nicht wisst, wo wir sind. Wir sind wieder im Startraum, wo wir Winn getroffen haben. Und mal gucken, was uns jetzt hier erwartet. So. Kann nicht geknackt werden. Okay, Kampf geht los. Oh, okay. Okay. Dann. Mal mal drauf. So, wir kommen. Eigentlich Unterstützung. Der macht aber auch. Halleluja. Gruppenheilung. Boah, das ist eine ganze Menge. Ja, gut. Das wird knapp, das wird knapp. Wir müssen mal eine geringe. Hey, Alistair. Mal drauf. Hm, die Meinung hat noch ein bisschen. Du. Und du. Na ja, halt. So. Okay, das war's. Müssen wir mit weiteren dieser Dinger rechnen? Mir dreht sich nämlich schon der Kopf, wenn ich nur über das Nichts nachdenke. Lumpen. Los geht's. Oh, okay. Oh, okay. 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 Das hat... Na gut, das sieht gut aus. Jusaris. Zweihändig. 20 Feuerresistenz. Plus den Schaden gegen Drachen. Und... Oh. Oh. Okay, das hat... Na gut, das ist andere. Jusaris, der Drachentöter. Hm. Das sieht doch nach einer Waffe von unserem Hauptcharakter aus. Vergleichen wir doch mal. Jusaris. Nein, so viel Stärke habe ich noch nicht. Ich werde irre, das kann doch nicht sein. Okay. Aber ein richtig dickes Upgrade. Oh ja. 34 Stärke. Wie viel habe ich denn? Drei... Oh, zwei Level noch. Ja, das... Okay. So, die Quest müsste abgeschlossen sein. Ja. Die ist nicht mehr da. Hm. Und hier... Ja, da geht es in sich auch gar nicht rein. Ach, was tut denn das Schönes? Viel Glück. Und möge der Erbauer auf euch herabblicken. Schade, ich dachte, das noch ist, einen Test zu erzählen. Hast du eventuell was Nettes zu sagen? Ihr solltet losziehen. Je früher, dass alles vorbei ist, umso besser. Okay. Also nichts Tolles. Und ich hatte im guten Kassel schon verdammt viel Stärke gegeben. Fast alles. Und da fehlen immer noch zu viele. Hm. Hm. Ich hoffe, wir kommen später auch ein paar Items, die Boni geben, auf Stärke, Geschicklichkeit und so weiter. Na, das war echt nicht schlecht. So, wo ging es lang? Hier ging es lang. Könnte der gute Älteste auch Kraft tragen. Naja. Egal. So, ich glaube, jetzt höre ich mich erstmal hier komplett in die Ecke. Hier geht es lang. Apropos. Wie lange brauchen wir denn noch? Naja, okay. Hier. Es könnte noch was werden im Turm. Ich weiß leider nicht, wie groß er ist. Wir sind jetzt, glaube ich, auf dem Weg in den vierten Stock. Ich bin mal gespannt, was uns dann da erwartet. So langsam hütte ich aber auch nichts dagegen, wenn das dann mal hier vorbei wäre. Falls ihr euch jetzt übrigens denken solltet, Mensch, jetzt hat er endlich, äh, was heißt endlich, Gott sei Dank, den Weg nach unten rausgeschnitten und es zeigt uns leider den kompletten Rückweg wieder nach oben. Ich hab, sorry, ist mir gerade eben was eingefahren. Bisschen zu spät, tut mir leid. So. Dann auf in den vierten Stock. Moment. Kriegst du elf. Sicher ist sicher. Das sieht alles irgendwie eklig aus hier. Was haben die über so eine Schweinerei gemacht? Schutthaufen. Okay, da geht's wohl weiter. Oje, oje. Ja, ich seh schon. Die haben hier eine riesen Schweinerei veranstaltet. Truhe. Ich nehme an, ihr wollt etwas. Ja. Das ist völlig richtig. Amulett der stillen Gewässer. Ein Willenskraft. Wohoho. So. Jetzt weiß ich aber ehrlich gesagt gar nicht. 70 von 70 wieder. Scheiße. Die hat schon eins. Er hat auch eins. Ja, wahrscheinlich auch was Besseres. Oder zwei Konstitutionen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Die haben alle irgendwas. Kälteresistenz. Ne, Kälteresistenz würde ich gerne lassen, falls wir wieder so scheiß Magier kommen. Und mit dem Zaubern anfangen. Hier geht's. Ne, da gehen wir noch nicht ran. Der Mond der Wolllust. Alles entspricht deinen Wünschen, mein Ritter. Unsere Liebe und unsere Familie übertreffen deine kühlsten Ordnungen. Üh. Was in adrastes Namen geht hier vor? Hast du was gehört, Schatz? Es ist nichts, Liebling. Nur die Tür. Ich gehe schon. Die Kinder sind mit dem Abendessen fertig. Bring sie zu Bett. Ich sehe nach, wer da ist. Beeil dich. Die Kinder wollen einen Gute-Nacht-Kuss von dir. Es dauert nur einen Moment, Liebling. Holy shit. Ihr unterbrecht einen privaten Moment voller Liebe. Ich hasse Unterbrechungen. Ja, das tut mir jetzt auch sehr leid, ne? Oje, oje. Ihr habt diesen Templer verzaubert, nicht wahr? Glücklich zu sein ist ein Zauber. Ach, in allen Freuden der Stärklichen liegt eine gewisse Macht. Ich habe ihm gegeben, was er immer wollte. Was ist daran schlecht? Äh, naja. Damit werden wir uns dann erst im nächsten Video beschäftigen. Bis dann.